2400 Meter Höhe auf der Suche nach dem Track. Könnte der da oben sein? Könnte der hier sein? Oder auch der? Der Retro ist eine Zeit lang hier parallel. Ich weiß nicht, ob er wieder drauf kommt. Tja. Ich weiß nicht, ob er noch ein bisschen schweizt hat, aber auch nicht. Aber ich sehe, dass wir alles dafür runtergehen. Und wenn er eine spannende Vorgabe ist. So runter. Ja, das kann ich eben so fahren. Ja, das ist die Vorgabe. Ja, das ist die Vorgabe. Wir waren gerade ausgedacht, dass wir vor den Kugeln waren. Wir waren die Kugeln und die Kugeln und die Kugeln sind dabei.